Leute, wir kosten nochmal richtig schön das herrliche Wetter aus. Wir sind jetzt glaube ich 25 Grad und wir haben uns mal auf dem Spielplatz getraut sozusagen. Aber zu dieser besonderen Zeit braucht man ja immer noch besondere Mittel. Und zwar möchte ich euch jetzt etwas vorstellen, wofür ich sehr stehe. Und zwar Handlotion und Desinfektionsschutz von MyPlus Skin. Empfehle ich euch sehr, zieht sofort ein, hat also nicht diese klebrige Fingeraktion hinter sich oder sonst irgendwas. Tötet 99,9% der Viren. Hier in dieser kleinen wunderbaren Handtaschpackung sage ich mal. Und natürlich einmal auch die Rucksackversion, beziehungsweise für zu Hause. Also einmal für zu Hause und die kleine natürlich für unterwegs. Ich empfehle es euch sehr, klickt nicht, riecht gut nach Aloe Vera, zieht sofort ein. Also hier ist eine kleine Empfehlung für euch. Mal unter uns. Und übrigens mit dem Gutscheincode Gustav415 spart ihr 15% bei eurer Bestellung. Also, los geht's.